Herzlich Willkommen zum Girls Wanted Soccer Festival in Frankfurt am Main 2010 in der Commerz-Bandadena! Normalerweise haben unsere Ladies heute gespielt, trainiert unsere Profis und es hat eine wunderbare Atmosphäre und schön, dass so viele Ladies gekommen sind. Herzlich Willkommen in Frankfurt! Also ich bin die Theresa von zehn Jahren, mir gefällt sie jetzt total gut. Es macht einfach mehr Spaß, den Jungs zu zeigen, dass Mädchen auch Fußball spielen können. Es ist eine tolle Veranstaltung, ich denke es ist super, dass hier so viele Mädels gekommen sind, so viele Mädels Spaß haben, Fußball spielen. Ich glaube es gibt nichts Schöneres als so ein Situationstraining zu machen, viele Stars auch zu treffen. Wir sind also noch in keinem Verein und das finde ich einfach klasse, dass wir hier mal auch reinschnuppern können. Ja, wenn man hier rumguckt, dann sieht man vielleicht mit welch Begeisterung die Kids hier einfach dabei sind. Musik Zeiget Musik 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 Applaus 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 Applaus